Sie hören, das vielleicht sinnvollste Radioquiz aller Zeiten. Ich sehe, ich sehe, was du nicht siehst. Und das hört sich so an. Haben Sie das auch schon gehört? Ob der Blinde nämlich glücklich ist oder nicht, das ist eine reine Geldfrage. Wenn man nur einen Funken-Humanismus in sich trägt, dann kann doch die Fortuna der Menschheit nicht von einer pekunären Causa abhängig sein. Das hat keinerlei Konkurrenzen mit meiner kognitiv erworbenen Weltanschauung und meiner Empirie. Warum haben Sie das gehört? Das sagen Sie im Radio in diesen Ö3 mehrmals täglich. Wer sagt das? Ja, diese Rothaarige, die vor 35 Jahren einen Inspektor kottern aus dem Fernseher auszuerwatschen gegeben hat. Inspektor gibt's keinen.